Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Sooo, wir sind hier in der Spiel-Loten-Bau. So ein paar... Freunde finden. Ich muss ernsthaft sagen, ich hätte jetzt gedacht, dass ich Season 3 auch mit Clementine spiele. Aber scheinbar ist das nicht so, was ich eigentlich ziemlich schade finde. Oh, da ist auch kaputt. Na, wie gesagt, jetzt behofft, dass ich Clementine spielen kann hier. Aber ich sag's mal, mein Gott, ich spiele es trotzdem richtig gut. Machen wir das Beste draus. Sprech mal. Ja, ich... Ja, so... Ja, so... Ja, so... Ja, so... Ich werde dich gewinnen. Oh, in der Fall... Wenn du der Spiele-Log-Tippe... ...Games Poker, 5-Card-Stat. Erraten. Was denkst du? Ich muss mich telefonieren oder ich muss mich schade? Hm... Nicht zu enttäusch. Ich verletze mehr oft, als ich mich zu sagen. Doch alles, was es braucht, ist eine gute Hand. Ich glaube, ich werde den Mann hören. Er hat alle Schade geschrieben. Er hat alles Schade geschrieben. Hahaha... Ist das ein Fakt? Ja, ich denke, ich werde den Mann hören. Zitzen. Moment der Wahrheit. Schade ihn. Oh mein. Das ist eine schöne Sicht. Ein guter Hand da. Aber nicht guter Hüter. Aber nicht guter Hüter. Fuck. Toll, schon habe ich mir eine Freundin gemacht. Wow, mein, das riecht wie Turpentine. Hahaha... Das ist die weckste Sache. Schau dir nicht, ich spreche mit dir. Ah, shit. Was ist das Problem, wenn ich dir schon gesagt habe, dass ein Deal ist ein Deal. Und es ist fertig. Was ist passiert? Das ist das nicht so guter Hüter. Das ist ein Einzug. Das ist das Dämpel. Ich hätte ihn auf eine Fakt der B sentiments ich verspricht. Das ist der Dämpel. Und er hat mir ein Bchas ich nicht auf Меня? Er hätte wir uns beide zerfritEN. Oh, ja? Und wer bist du? Oder Böcke oder was? Das ist das mal? Weil ich nicht zuhre einfach. Yeah! Sie braucht auch einen Böcke. Sie kann sich身en. Sie kann sich careimern. Believe mich. Ach, was du? Ich kann es sogar direktihe. Also, du kannst du sie auch noch sagen. Das sind die Böcke. Oh, hey, Clem, komm mal. Er weiß, die Bauten funktionieren nicht. Hör auf ihn, er ist nicht sogar nervös. Ich hätte mich wegen seiner Bauten sterben können. Unglaublich. Schau raus! Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hey, hör auf. Wir sind alle zu kohlen. Du warst verrückt. Ich war auch. Wir haben einfach ein bisschen aus dem Hand. Das ist die mir, was ich hatte. Jesus. Du musst sie unter Kontrolle, Mann. Ja. Das ist kein Weg zu tun. Oh, du hast es falsch, Mann. Ich habe keine Kontrolle. Das ist für dich, was du schlechtes Nachrichten. Wir hatten eine Behandlung. Okay, okay. Okay, okay. So, hey, we'll trade back. I'll find some batteries. I don't need batteries. What I need are bullets that won't get me killed. Oh, no. Oh, no. Oh. Drop the gun. Right now. Say he attacked you and that he was going for his gun. I fucking warned you. Eli attacked him. I only shot because. Shut it. You done enough talking. Drop it. What the fuck happened here? He attacked Javi, okay? It was self defense. Enough from you. Did she really have to shoot? Yeah. Schütze Clan. Immer noch. Auch wenn ich jetzt wieder. Look at my eye, Mann. Of course, she's telling the truth. The guy ripped her off. Reached for his gun and would have shot me if she hadn't stopped him. See? You happy now? God damn it. I'm putting you two under lock and key. Until I figure out what to do with it. Hey, what? Are you for real? As real as it gets. Now move it. Now move it. Got some nerve coming in here fucking up my bar. I think he's going to be a good guy, huh? I'm going to punch your fucking lights out. Both of you. But Eli was a grade A certified dipshit. I'll even have someone come take a look at that cut. Hey. Thanks for having my back at the hangar. That was cool of you. I wasn't sure there for a minute. Of course. Anytime. I mean, you and I are a team now. Thanks. I mean it. Clem. Can I have any poses? I don't think this makes us friends or anything. Hello? Hello? I'm Elinor. I'm what passes for a doctor around here. Trip sort of over does it sometimes. I hate that I'm treating you in a cage. Like you're some feral animal. I'll be here. Pleasure is all mine. What's up? Is it now? Now. Let's see about that wound. Yeah. He got you good. Try to hold still. Well. Why is it always the pretty ones who end up causing the most trouble? As if good looks equal bad behavior or something. I've never understood it. Oh, I'm not a troublemaker. No, a trouble sees me and runs the other way. That explains why Trip locked you up for the night. People are saying she killed a man in cold blood. If you don't mind me asking. What did happen exactly? That they were arguing and that she went crazy over nothing? Look, things got out of hand. Clementine was only trying to make a point, but then... You make it sound so casual. Best thing is probably for you two to leave town. And get back to your group. We were attacked earlier this evening. There were four of us. Oh, shit. I'm sorry. If there's... If there's anything I can do to help. Not that I have much to offer you, but... I know a thing or two about losing family. I wouldn't want to make any trouble for you. This whole thing's been... Pretty messy. I hear you, but... Eleanor? You done yet? Just about. Alright. Here's what we're gonna do. I'm driving you that junkyard myself. Get you out of my hair, and no one can say I didn't do right by no one. In the meantime, you two can sleep right here and think about what shitheads you were earlier. It's a mobile. On my terms and on my timeline. You got me? Alright. Fair enough. Fair enough? Go kiss the skunk's ass. I should be earning a goddamn boy scout badge for this. It doesn't have anything right to wait. Have these people? They could need a medic. No, no way. Not putting you in that kind of danger again. That's not your call. Oh, Eleanor. Huh? How's the floor? Maybe there's another way. We've got a rear gate, down at the other end of the airfield. We don't use it much, but... Well... We could leave tonight. Slip past the herd... And the jumpstart are reaching that junkyard. What? Seriously? You'd do that for me? It's just... It's the right thing to do. Anyway. Think about it. I've got to check on some patients, but... I'll be back in an hour. She don't. You know? I never would have guessed she had it in her. Yeah. She's... She's something. The thing is, is... And maybe this sounds weird... But I still trust Tripp more than I trust her. Oh, why do I have to do that? Oh, man. Yeah, calm. With Eleanor, right? I riskier it. Oh my god. We're leaving tonight. With Eleanor. If it gets us there even a minute sooner, it's worth it. Alright. I'm in. You know, when I met you, I thought you'd just be another asshole like everyone else. And to think that when we first met, you nearly blew my head off. Yeah. Guess I made the right call. It sounds like Eleanor will be a little while. Maybe we should get a few weeks. Good idea. I'm exhausted. I'll get the lamp. Ich schlafe und die Familie ist dahinter am verrecken, oder was? Ach, Clem. Wie lange haben wir uns schon nicht gesehen? Oh, Gott. Was ist los? So viel durchgemacht haben wir, ne? Und jetzt kann ich sie nicht mal spielen. Immer noch traurig. Guck mal, AJ. Bestimmt, was ist mit denen eigentlich passiert? Und schlafen im rebus. Yeah. Ich denke. Oh, Gott. Hey, hey, look, Goofball. Ich bin du. Sie von Wäldern G. Alvin Goofball Jr. Kannst du sagen Goofball? Sie wissen, er braucht einen atacativenzimmer. Seis Eltern haben aber damals, die nie hatten schon eine Chance. Sie denken? Lea Die sind abgehauen, die Schweine. Scheiße. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich werde ein bisschen nachdenken. Ich bin, äh, nicht so großartig. Was ist denn los? Oh man, ich will da nicht reingucken unter dem Kind noch. Nein. 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 Sie ist schwanger? Sie war schwanger. Sie sind schrieden. Ich bin so sorry. Sie sind wieder. was kennt er kriegt ein hörsturz scheiße wo ist die kleine hin oder der ist der alle sterben alle um mich herum sterben was ist denn schon draußen das war für 5 Minuten und es fizzelt schnell aber du hast es nie wirklich überrascht ich muss sagen, ich denke du kannst viel besser machen als das bist du ernsthaft? klar, klar weiß ich das Leute, das ist der Ort ja, das ist es oh shit die Schmerzen, ja? wenn du anstest johan, muss es sein hunderten von ihnen Kate ist gut in einer Krise sie wissen wie zu holen was ist das? sieh nimm den hammer hau auf tut mir leid du hast auch ne glatze die haben alle scheiße nicht so laut man nie du hast du hast ich warte du hast du bist du hast du hast ja suchen wir aber wo? fuck alter wir sehen das auch noch was das war klemmner haben da sind wir da sind sie ja ach so drücken scheiß drücken den nächsten komm und nach einer komm und wieder einer ey lass sie in ruhe so geht das nicht ich glaube lieber nicht küssen ich weiß ja nicht was mit der anderen ich will dich noch nicht festlegen ja das ist eine Art von mir ich wollte nachdenken ich versuche, dass ich das du musst nicht schmerzen über meine ich dachte, dass wir sterben wie ich werde nie sehen Sie wieder sterben wir haben nur ein paar Schmerzen ich dachte, dass wir sind keine Chance, dass ich das passieren ja, aber du bist nicht hier der Hörst kam und Mariana ist weg und wir sind wundern und wundern und dann ich war einfach sehr schmerzen ich bin hier jetzt du musst dich schmerzen hey du hast dich schmerzt du hast du hast es in der Schmerzen nicht nicht es ist nicht ein Elinor du denkst du kannst schauen Elinor es ist okay ich bin eine Doktor ich versuche es hier und dann zurück nach Hause du hast du hast du hast du hast du hast du hast Clementine wHS smachen du hast du hast musste du hast wagen du hast du hast Ja, ich weiß nicht, dass wir heißen. Wir sind nicht cavemen. Ich dachte, dass du zu diesem Ort bist. Ich habe. Ich habe nur... Ich habe nicht viel Zeit, um in meinem Jacuzzi zu relaxieren. Du weißt? Du bist glücklich. Ich bin. Die Such- und Resüge nicht so gut enden. Alive und gesund. Das ist unglaublich. Ich glaube, dass ich ein glücklicher Typ bin. Der glücklichste. Oh, ja. Die beiden jetzt was von den Typen, oder? Ja. Ist ja... Oh, ich hätte die andere Anscheinung genommen. Das ist die beste Sache, zu finden, aber cool. Wir sollen bei uns bleiben, Clem. Ich habe doch noch die Batterien. Ich habe doch noch die Batterien, habe ich gesagt. Was? Was zur Hölle? Ey, sind die behindert? Die haben Kinder erschossen, oder was? Dieser Wichser, Alter. Gib mir eine Waffe. Echt jetzt? Was? Oh Gott, die Kugel schlagen bei der Kleine ein, ne? Ey, lass dich auch noch erschießen, oder was? Alter, ich muss was tun, Mann. Fuck, Alter. Schmeiß die da nicht so hin, Mann. Fuck, Alter. Scheiße. Wo ist Clementine? Was? Fuck, Alter. Fuck, Alter. Ja. Nein. Töte sie, das ist nicht so. ohne scheiß war das schon in Episode 1? oh Gott, das macht einen fertig haben sie einfach das Kind erschossen? das kann ich noch gar nicht glauben naja, wollen wir mal gucken Nacht auf dem Schrottplatz verbracht ich um 54%, wahrscheinlich hätten wir das nicht machen sollen was gibt's noch? hast du UFOs erschossen oder ihn gehen lassen? ja auch, kann man so sagen, Hälfte, Hälfte haben ihn erschossen 94% wurden eingesperrt was haben die anderen 5% gesagt? hier auch immer Hälfte Hälfte warum immer Hälfte Hälfte? was stimmt da mit der Zählung, ne? oder mit Ellen, so mit dem Schuftband mit der Familie geflogen oder bei Klamotten 84% sind da geblieben ja, die Bastarde Töten das was sie getan haben oh 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 das ist so anstrengend das Spiel, ne? die ganzen Entscheidungen und ja oh oh die Episode ist jetzt rum oder was dann würde ich sagen dann sehen wir uns in der nächsten Episode ja bis dann Leute wir klicken einfach mal auf weiter und gucken was passiert tschüss bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020